Kann ich darauf vertrauen, ohne selbst alles zu sehen, dass da vielleicht jemand anderer ein Potenzial sieht, das ich selbst noch gar nicht gesehen habe? Für mich hat Armut auch so den Aspekt von etwas ertragen können, also auch etwas annehmen können, auch wenn ich es gern anders hätte. Diese Übersetzung mit bewusst weist darauf hin, dass hinter diesem Begriff der Kreuschheit, das Versprechen steht, Beziehungen bewusst zu gestalten. Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinga. Und ich bin Michael Ettlinger. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Diesen Spruch habe ich als Kind von meinen Eltern und Großeltern immer wieder gehört. Und er prägt bis heute. Es geht dabei darum, etwas zuzusagen, was in der Zukunft liegt, also eine Handlung oder ein zukünftiges Ereignis. Wir versprechen dem eigenen Kind einen lässigen Wochenendausflug. Wir versprechen dem oder der Verlobten die Ehe oder den Eltern für die Mathe-Schularbeit zu lernen. Aber würden Sie Armut, Gehorsam und Keuschheit versprechen? Ja, dieses Versprechen sogar ganz feierlich in Form eines Gelübdes vor einer Gemeinschaft und der Öffentlichkeit ablegen? Und das im zarten Alter von rund 25 oder 30 Jahren? Unsere heutigen Gäste haben das getan und können diesen Versprechen in ihrem Leben viel Sinn und Begeisterung abgewinnen. Das inspiriert uns und daher wollen wir mehr wissen. Liebe Schwester Helena, lieber Herr Virtus, herzlich willkommen in unserem Podcast-Studio. Grüß euch. Hallo. Es wird auf jeden Fall himmlisch, sagte sein Lehrer im Stiftsgymnasium Schliewach, als er mit ihm seine Berufswünsche diskutierte. Entweder Priester oder in der Luftfahrt bei Ausdruckkontroll arbeiten. In einem dieser beiden Berufe sah sich unser heutiger Gast, der 30-jährige Vitus Stefan Glierer. Geworden ist er Priester und aus einer Berufsidee wurde Berufung. Seit seinem 21. Lebensjahr lebt er im Kloster im Stift Schlegel, hat in Linz Theologie studiert und ist seit 2020 unter anderem Jugendseelsorger der Diözese Linz. Wenn ich Journalisten auf Nachfrage sage, welche drei Gelübde ich letzten Herbst abgelegt habe, folgt stets Schweigen am anderen Ende der Telefonleitung. Das hat uns Schwester Helena Fürst beim Vorgespräch zu unserer heutigen Podcast-Folge erzählt. Schwester Helena hat im Februar 2019 um Aufnahme in den Orden der Elisabethinen angesucht. Viele von Ihnen kennen Sie vielleicht schon aus diversen vergangenen Podcast-Folgen bei uns. Erst kürzlich haben wir mit ihr gemeinsam zum Thema Entscheidungen eine Folge gemacht, wo es um ihre zeitliche Profess im Herbst gegangen ist. Heute geht es darum, mit ihr und unserem zweiten Gast Vitus zu beleuchten, was diese Entscheidungen konkret beinhalten. Also die Frage, was wird denn bei den Gelübden versprochen und welche Bedeutung hat es persönlich für die beiden in ihrem Leben. Herzlich willkommen, euch beiden. Jan Lieber Vitus, bevor wir zu den Gelübden kommen, du bist Ordensmann und Priester und ich habe dich vorher als Herr Vitus angesprochen. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht kurz erklären, warum das die formell richtige Anrede für dich ist? Gerne. Es gibt im Ordensleben zwei große Stränge. Das eine sind Mönche, das andere sind Chorherren. In Schlegl sind wir Premonstratenser Chorherren und von dieser Bezeichnung Chorherren leitet sich dann auch die Anrede Herr plus Ordensname, also in meinem Fall Herr Vitus ab. Das ist sozusagen auch die formelle Anrede, wenn man das als Etikett bezeichnen möchte. Es ist aber nur so, dass ich mich sehr selten mit Herr Vitus vorstelle, sondern so im Freundeskreis bin ich der Vitus. Und wir dürfen dich auch Vitus nennen. Gerne. Das ist sozusagen, wie es nun gibt, der Herr Kommerzialrat, der Herr Doktor, der Herr Magister. Ja, nur dass Herr Vitus jetzt nicht per se mit irgendwelchen Verdiensten verbunden ist. Der Obergymnasialrat oder so, das ist ja auch, glaube ich, oder ist das mit Verdienst, weiß ich nicht. Oder mit Alter. Du bist jung, also mit Alter hat es nichts zu tun. Schwester Helena, ich habe vorher erwähnt, dass Menschen im ersten Moment sehr irritiert sind, wenn sie hören, dass du bei einer Profess beziehungsweise einer der Zeremonien auf dem Weg zur Ordensschwester, was du da versprichst und was du da gelobst. Wie reagierst du da drauf dann? Also zuerst mal mit Verständnis. Ich kann es irgendwie ein bisschen verstehen, gerade wenn man die Gelübde einfach so die Begriffe nur so hinhaut. Ich denke mir dann immer, ja, jetzt geht da im Kopf diese Menschen gerade ein Film ab, mit was sie sich halt alles vorstellen, was das heisst oder nicht heisst oder wie schlimm das das ist. Ich versuche dann ein bisschen mit Humor zu antworten und vor allem, wie wir es jetzt hier tun, ins Gespräch zu kommen. Und dann merken sie, doch habe ich das Gefühl im Gespräch, dass das Ganze nicht ganz so tragisch ist, wie eben ihr Kopfkino ihnen das vielleicht vorspielt. Welches der drei Gelübde ist denn für die Hörer deiner Ansicht nach das Schlimmste oder da, wo sie am meisten Reaktionen zeigen? Ich habe so den Eindruck, dass so die geballte Kraft von allen dreien für die Leute recht heftig sein kann, auch nicht für alle, das muss man auch sagen, weil es halt wirklich so die wichtigen Lebensbereiche tangiert irgendwie und beeinflusst und man dann nicht sagen kann, okay, in einer Ecke ist halt ein bisschen eingeschränkt und alles andere kannst dann tun und lassen, was du willst, sondern es betrifft halt wirklich den ganzen Menschen und sein ganzes Leben und nicht nur seine Arbeit oder ein Teilbereich seiner Freizeit. Wir haben ja heute zwei Ordensleute hier bei uns sitzen und das ist auch ganz bewusst so, weil diese Gelübde sind ja nicht nur in einem katholischen Orden so brauchend und üblich, sondern eigentlich in allen. Sind die überall gleich? Es gibt wirklich Unterschiede in den Formulierungen, also benitinische Gelübde sind ja leicht anders als jetzt zum Beispiel bei uns in einer franziskanischen Gemeinschaft und ich glaube auch bei euch, wie du siehst, die Formulierung ein bisschen anders. Genau, wie Profess Formel als jene, die man dann vor dem Abt oder den Mitbrüdern verliest, die ist in allen Ordensgemeinschaften ein bisschen anders, aber für die jeweilige Ordensgemeinschaft, also für alle Prämonstratenser weltweit gilt zum Beispiel dieselbe Formel beim Versprechen selbst. Und diese drei Begriffe, die wir ganz am Anfang schon gehört haben, also diese Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams, die gibt es in zumindest fast allen Ordensgemeinschaften. Genau. Wie nähert man sich diesen Gelübden an? Also ich gehe einmal davon aus, wie ihr euch entschieden habt, diesen Weg für euch zu gehen. Nein, hat man das so ein bisschen am Radar, um was da geht, aber es braucht ja dann eine bewusste Auseinandersetzung, vermute ich mal über die Jahre, bis man dann zu diesem Schritt, Jahre später kommt, wo man dann in diesem zeremoniellen Rahmen aus tiefstem Herzen, und das ist ja glaube ich so der Grundgedanke, Ja dazu sagt. Ja zu sagen zu, ich werde keine Ehe eingehen, ich werde keine Kinder kriegen, ich werde mich in Armut üben und ich werde gehorsam leben. Also im Sinne von, wenn andere Entscheidungen treffen, dann ist das die Entscheidung, auch wenn ich vielleicht anderer Ansicht bin, oder? Wie habt ihr diesen Weg dahin erlebt, diese Auseinandersetzung bis zu diesem Tag X, wo ihr gesagt habt, und jetzt sage ich aus ganzem Herzen zu diesem Gelübden Ja? In der Klostergemeinschaft ist es zunächst einmal, glaube ich, das Lebensbeispiel der Mitbrüder selbst, die natürlich mit ihrem Beispiel und mit ihrer oft jahrzehntelangen eingeübten Weise mit diesen Gelübden zu leben, da einfach Identifikationsfiguren sind. Zu Vorbildern quasi, oder Ideen, wie man das leben kann sozusagen. Auf jeden Fall. Also und die hat man ja sozusagen dann um sich. Bei uns im Orden ist es mindestens ein Jahr Novitiat, das heißt so eine Phase des Einübens der klösterlichen Lebensform und frühestens nach diesem einen Jahr verspricht man diese Gelübde zunächst einmal auf Zeit und dann wiederum nach frühestens drei Jahren auf Lebenszeit. Das heißt, in diesem ersten Jahr im Kloster setzt man sich dann auch mit diesen Gelübden nochmal in intensiver Form auseinander und überlegt, was das für das persönliche Leben und die persönliche Lebensgestaltung heißt, um das auch in diesem Jahr, soweit man das für sich prüfen kann, zu überlegen, wird mein Leben mit diesen Gelübden stimmig? Oder kann ich mir das auf lange Sicht, auf Lebenszeit hin vorstellen? Also wenn mir ich vorstelle, ich bereite mich da jetzt ein Jahr vor mit diesen drei Schlagworten, dann hätte ich glaube ich das größte Problem im ersten Moment einmal mit diesem Gehorsam. Also mein erster Gedanke war, hups, Selbstaufgabe, weil andere bestimmt über mich und so. Wie nähert man sich denn, oder wie ist denn euch gegangen? Welches dieser drei war denn für euch das, wo ihr vielleicht länger braucht habt, um es zu eurem zu machen? Oder war das nicht so ein Thema für euch, wie es jetzt für mich gerade darstellt? Also ich finde es ganz wichtig, dass das so sein darf. Also man darf Mühe haben damit. Und ich glaube auch, dass man das sich nie wirklich zu eigen gemacht hat, sondern dass das immer wieder ein Prozess ist, sich wieder auf das einzulassen, sich wieder, weil Situationen ändern sich, Lebensumstände können sich ändern, Vorschläge, die vielleicht eben von den oberen kommen, können anders sein in fünf Jahren, als sie es jetzt sind. Also das ist immer wieder ein Prozess, in den man einsteigen muss. Man hat nicht die Gelübde abgelebt und jetzt ist das erledigt und passt jetzt für alle Ewigkeit, sondern das ist ein prozesshaftes Geschehen. Für mich hat das ganz viel gerade der Gehorsam mit Vertrauen zu tun. Also ich habe Vertrauen zum ersten Mal in den lieben Gott, dass der mit mir diesen Weg geht und dass der sich dabei was denkt und dass der mich jetzt nicht alleine lässt. Aber auch Vertrauen in meine Gemeinschaft, in meine Oberin, in meine Mitschwestern, dass man gemeinsam auf einem Weg ist. Und für mich geht Gehorsam ohne Dialog nicht. Hat für dich Gehorsam, wie ich es gerade gesagt habe, gibt es einen Zusammenhang zwischen Gehorsam und Selbstaufgabe? Oder wie geht das dann mit Selbstfürsorge zusammen? Gibt es da für dich Zusammenhänge? Es ist immer die Frage, wie definiert man Gehorsam? Es gibt für mich eine schlechte Form von Gehorsam. Das wäre dieser Kadaver-Gehorsam, wo man sich einfach, ich habe keine Meinung, ich habe keinen Willen, ich tue einfach, was wer mir sagt, ohne darüber nachzudenken, ohne auch sein Gewissen einzuschalten. Und das ist gefährlich, weil, das sagt auch die Kirche, unser eigenes Gewissen steht über allem. Also das heisst jetzt nicht nach Lust und Laune sage ich jetzt ja und nein, sondern wenn von mir etwas verlangt wird und ich kann nach vielen Gesprächen und nach reiflicher Überlegung und Gebet dem aus tiefstem Gewissen nicht zustimmen, dann bin ich meinem Gewissen verpflichtet und nicht dem Auftrag. Aber das ist natürlich die Ultima Ratio, also das ist, wenn es nicht mehr anders geht. Vorher geht das anders mit Gesprächen und Dialog hoffentlich. Das finde ich sehr wichtig. Aber darauf zu vertrauen, dass die Entscheidung, die dann schlussendlich jemand trifft, und das kann die Oberin sein, dass das eine gute Entscheidung ist. Dieses Vertrauen in Gott oder auch an die Oberin, das große Ganze im Blick zu haben. Ja genau, es hat auch mit Vertrauen und Beziehung zu tun. Aber eben Gehorsam kann sehr verschieden gesehen werden und gesünder oder ungesünder gelebt werden, denke ich mir auch. Wenn ich jetzt an ein Leben in einer Gemeinschaft denke, wie ihr in einer Ordensgemeinschaft lebt, dann braucht man vielleicht auch in gewisser Weise ein Gehorsam oder zumindest eine Struktur, wo sie alle dran halten. Also wenn jeder für sich selber entscheiden würde, dann würde es wahrscheinlich relativ schnell auseinanderbrechen. Ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum es dieses Gelübde im Orden gibt? Natürlich räumt dieses Gelübde einem Oberen eine gewisse Entscheidungsmacht ein. Das ist ganz klar. In der Augustinusregel heißt es zum Beispiel, der Abt selber muss sich aber einmal vor dem lieben Gott verantworten, dafür, was er eingefordert hat. Und insofern spielt für mich da schon auch das Vertrauen mit, dass jemand, der entscheidet in Rücksichtnahme auf meine Person, sprich auf meine Schwächen und auf meine Stärken entscheidet, im Hinblick darauf, was mir mit meinen Gegebenheiten zumutbar ist. Und da ist dann die Frage, kann ich darauf vertrauen, ohne selbst alles zu sehen, dass da vielleicht jemand anderer ein Potenzial sieht, das ich selbst noch gar nicht gesehen habe. Also auf der spirituellen Ebene könnte man sagen, könnte ich in der Stimme von Oberen auch einen Aufruf Gottes sehen zur weiteren Entwicklung zum Beispiel. Also indem dann Aufgaben daherkommen, sag ich, puh, wo ich mir das zutraue, weiß ich selber nicht. Aber wenn auf mich zugekommen wird mit dieser Anfrage, dann trauen es mir vielleicht andere zu. Und liegt dahinter vielleicht ein Ruf Gottes, da nochmal drüber nachzudenken und das auch im Vertrauen auf Gott letztlich anzunehmen. Und in dem Wort Gehorsam steckt ja auch das Wort Hören drinnen. Ist das ein wichtiger Aspekt davon aus eurer Sicht? Natürlich, weil ich glaube, es ist auch wichtig, wie Schwester Helena gesagt hat, da im Dialog zu bleiben mit den Entscheidungsträgern, beziehungsweise die Entscheidungsträger sollen im Dialog bleiben mit jenen, über die sie oder im Idealfall mit denen sie entscheiden. Also ohne ein gegenseitiges Aufeinander hören, wird der Gehorsam zu einem großen Konfliktpotenzial führen. Und wie ist das tatsächlich bei euch im Ordensleben? Ist das diktatorisch, jetzt mal bewusst schlimm formuliert? Oder wie werden so Entscheidungen, wichtige Entscheidungen im Ordensleben, an die ihr euch dann halten müsst, wie ihr versprochen habt, wie werden die getroffen? Ich habe es bis jetzt immer so erlebt, dass das im Modus eines Vorschlags, einer Idee mir präsentiert und unterbreitet wurde. Und wir dann darüber ins Gespräch gekommen sind und ich meine Bedenken oder auch das, was aus meiner Sicht dafür sprechen würde, da recht offen auf den Tisch legen konnte. Aber ist es nicht eigentlich so, dass unabhängig vom Ordensleben im Leben der Menschen es immer wieder Formen gibt, sei es Formen in der Arbeit, sei es in der Familie, mich hält aus der Familie. Wenn ich das jetzt konkret hernehme, dann gibt es jemanden, der unterm Strich im Wohlwollen aller oder mit diesem Aspekt, den du jetzt, wie du es so schön besprochen hast, immer Richtungen oder Entscheidungen vorgibt oder zur Diskussion stellt oder, wie du sagst, Vorschläge bringt, über die man dann spricht. Also ist das nicht eh was, was im Leben allgemein da ist, nur da jetzt im Ordensleben durch die Gelübde so präsent wird, so ein Gewicht bekommt? Also du jetzt als Familienvater, wie siehst du das aus dem Aspekt? Ja, ich glaube, das ist schon sehr abhängig davon, wer denn in so einer Gemeinschaft zusammenlebt und worauf man sich denn auch einigt und wie man das Zusammenleben gestalten will. Also ich glaube, da hat man in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht schon auch als Menschheit eine gewisse Entwicklung durchgemacht, ein bisschen weg von dem klassisch Patriarchalischen hin zu mehr Gemeinschaft, mehr gemeinsam auch entscheiden, gerade in den Familien. Aber den Orden hängt aus meiner Sicht zumindest immer noch ein bisschen dieser Nimbus bei, die sind sehr hierarchisch organisiert. Da gibt es den Oberen oder die Obere, die entscheidet und alle, die Ordensmitglied sind, müssen dann parieren und müssen genau das machen, was die Obere sagt. Ist das so? Ich glaube, das ist eben genau dieser Film, der bei vielen abläuft, der man von den Gelübden spricht. Ich erlebe das nicht so, weil im Orden gibt es auch eine Demokratie, die eben die Oberin wählt. Also wer wählt seinen Chef, das ist eigentlich sonst auch im Arbeitsbereich nicht so, sondern der ist dann halt da, meistens zumindest. Und auch Vater und Mutter kann man sich nicht wählen. Genau, auch Vater und Mutter kann man sich nicht auswählen. Von dem her ist es eigentlich, haben die Schwestern ja und die Herren oder die Chorherren die Möglichkeit, sich den Oberen ein bisschen auszusuchen. Und das ist wie ein Gegenpol. Also es ist nicht nur, jemand kommt jetzt und bestimmt jetzt, sondern auch hier ist es ja ein kommunikatives Geschehen, auch ein spirituelles. Man betet auch bei einer Wahl, wer wäre richtig, wer wäre jetzt in dem Moment gut für die Gemeinschaft. Natürlich, wer hat die Fähigkeit dazu, das ist auch wichtig. Also das ist ein mehrdimensionales Geschehen. Und ich persönlich erlebe es auch, so wie es Vitus gesagt hat, dass wirklich ein Dialog da ist, ein Gespräch gesucht wird, Vorschläge gemacht werden. Und selbst umgekehrt, also dass ich Vorschläge mache, was ich glaube, was eine gute Idee wäre, was ich tun könnte oder was ich gerne tun würde. Und das miteinander besprochen wird und nicht schweigend abgelehnt oder so. Also da erlebe ich das anders, aber das Klischee haftet an. Das glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen. Es braucht immer Zeit, um Klischees zu überwinden. Ich habe gerade festgestellt, da habe ich so den Begriff Gehorsam in mir wirken lassen. Dann macht es eng und es ist irgendwie unangenehm. Und dann habe ich mir gedacht, warum ist das so? Und ich glaube, es hat auch etwas mit diesem Machtaspekt zu tun. Also da hat wer anderer, die Macht über mich etwas zu bestimmen und ich bin entmachtet. Und was du zuerst so schön gesagt hast, das schönste, Helena, ist, es gibt verschiedene Formen, wie man Gehorsam empfinden kann und es gibt auch eine positive Form von Gehorsam. Und wenn ich jetzt so reden höre, dann merke ich, dass sich dieses Gefühl dahinter ein bisschen verändert, weil es mehr in Richtung Dialog und Verantwortung übernehmen geht. Jemand muss die Entscheidung dann schlussendlich treffen unter dem Aspekt des Wohlwollens. Würdest du das für euch auch so sehen, wie das? Auf jeden Fall. Ich glaube, man kann es vielleicht sagen, es ist ein Bonus, den ein kirchliches Leitungsamt halt für sich in Anspruch nehmen kann, dass es Entscheidungen herbeiführen muss auch in vielen Fällen. Und der Bonus, den der Einzelne, dem Oberen, immer entgegenbringen kann, gedanklich, ist, dass man sagt, er hat nicht nur auf mein Wohl zu schauen, sondern er hat auch auf das Wohl der ganzen Gemeinschaft zu schauen. Und ich glaube, wenn man sich das im Hinterkopf behält, dann macht es das leichter, den Blick von sich selbst wegzubringen, in dem Sinn, dass Entscheidungen halt nicht nur mich betreffen, sondern dann auch Folgen für eine ganze Gemeinschaft haben. Also so wie du das vorher formuliert hast mit dem Gehorsam, Michaela, so geht es mir manchmal auch mit dem Begriff der Armut. Also wenn ich an die Armut denke, dann denke ich in erster Linie einmal an wirklich arme Menschen, die nichts haben, die sich den Bissen Brot irgendwie absparen müssen. Das ist eine andere Form der Armut, als ihr sie versprecht, hätte ich verstanden. Wie versteht ihr denn diese Armut? Da ist eben wichtig, dass man, wie man den Begriff Armut definiert. Natürlich kennen wir alle den Begriff Armut jetzt in Bezug auf Obdachlosigkeit, jemand, der keine Wohnung hat, der nur ganz wenig Geld zum Leben zur Verfügung hat. Und das ist nicht die Armut, die wir leben. In unsere Gelübdeformen ergänzen wir das Wort Armut mit den Wörtern Einfachheit und Schlichtheit. Und ich finde das in der heutigen Zeit fast besser oder verständlicher, weil wir leben eben nicht arm, sondern wir haben ein Kloster, wir haben genug zu essen, Gott sei Dank. Wir können heizen, uns fehlt materiell gesehen nicht viel oder uns fehlt materiell gesehen nichts. Aber wir versuchen, ein Leben in Schlichtheit zu leben und in Einfachheit. Und für mich trifft es das besser, weil man dann diese Gedanke von Obdachlosigkeit und so weiter, also materieller Armut, anders betont in dem Sinn. Dennoch, glaube ich, bleibt dieses Bild, Michael, das du genannt hast, von Obdachlosen oder von Leuten, die sich wirklich mühen müssen, um für das tägliche Brot genug aufzubringen, schon auch ein bisschen ein Stachel in unserem Gelübde, nämlich, dass wir nicht in die Gefahr kommen, das nur mehr spirituell zu sehen. Also, dass wir Armut nur mehr als spirituelle Ebene oder nur mehr als spiritueller Ebene betrachten, sondern unsere eigene Lebensform schon auch reflektieren. Und dazu gehört auch, dass wir den Umgang mit den Gütern, den eigenen, reflektieren. Bei diversen Investitionen, man fragt, was brauche ich denn wirklich? Und welche Ausführung brauche ich wirklich? Was entspricht meinem Bedarf? Das fangt an bei den ganz alltäglichen Dingen bis hin vielleicht auch zum Sport. Und eine zweite Frage, die mit der Armut verbunden ist, ist, glaube ich, schon, haben wir Freunde unter den Armen in dem Sinn, wie du sie eingangs geschildert hast? Für mich war ja, wie in unserem Vorgespräch, also ich habe auch mit dem Begriff Arm, Michael, ähnlich wie du, da denke ich zuerst einen Obdachlosen auf der Straße. Und was bei mir dann nach dem Vorgespräch hängen geblieben ist, ist, dass vielleicht der Begriff ein bisschen unglücklich ist, weil was ich verstanden habe, ist so dieses Zurück zum Wesentlichen. Worum geht es denn? Worum geht es mir wirklich? Decke ich es zu durch Materielles, durch viel Tun, durch Karriere, durch was auch immer? Aber diese reflektierende Frage, was ist mir wirklich wichtig? Wo finde ich wirklich mehr Zufriedenheit und mehr Glück? Wo kann ich mich einbringen? Das ist bei mir hängen geblieben und ist vielleicht gar nicht so der Begriff Arm, aber ich glaube, um das geht es ein bisschen, oder? Ja, schon. Ich finde wichtig, dass man nicht in die Selbstoptimierung abschweift. Also es ist jetzt nicht der Schlüssel zu einem gelungenen Leben oder so, oder quasi The Magic Three oder so. Also das ist es nicht. Es kann auch wehtun, und es tut auch weh. Also es kann auch mal ein Verzicht sein, wo man sagt, ja, hätte ich jetzt gern, ist halt nicht möglich. Ja, Punkt. Tut weh, darf ich spüren und darf ich auch annehmen. Und das Leben ist nicht einfach so, dass immer alles zu jeder Zeit möglich ist, auch wenn wir uns das manchmal so vorstellen. Für mich hat Armut auch so den Aspekt von etwas ertragen können, also auch etwas annehmen können, auch wenn ich es gern anders hätte. Sei das jetzt mit einer Mitschwester, die vielleicht schlecht drauf ist und ich bin jetzt halt dem ausgesetzt, ich kann jetzt da nicht aus und ich nehme sie an, so wie sie ist und ertrage das. Das ist für mich eine Art Armut oder auch eine Armut ist für mich, dass wir nicht so viele junge Leute im Kloster haben. Das würde ich mir sehnlichst wünschen, dass wir junge Leute haben, ist aber im Moment nicht. Das ist ein, ich sage es jetzt, Mangel im Sinn von, es ist etwas, wo ich gerne es mehr hätte oder anders hätte, was aber im Moment nicht in meiner Hand liegt. Also diesem Aspekt von Armut begegne ich im Alltag und da wird es mir auch bewusst, dass es auf eine Art ein Verzicht ist. Jetzt nicht materiell, sondern vielleicht ist es mehr emotional oder sozial auf einer anderen Ebene einfach. Ich esse gerade keine Schokolade und bei dem, was du gerade gesagt hast, denke ich mir mal, es war so gut, aber ich verzichte bewusst darauf, weil ich weiss, ich tue mir damit etwas Gutes. Das ist zwar jetzt ein banaler Vergleich, aber bei manchen Dingen, die du gerade gesagt hast, denken wir, ja, süßes ist schon cool, aber ich weiß, dass ich mir gerade Gutes tue, wenn ich es nicht tue und ich brauche es ja auch nicht. Diesen Verzicht auch zu spüren, geht, glaube ich, sehr in die Richtung, Augustinus warnt ja in seiner Ordensregel sogar vor der Gefahr, dass die Armut zum Hochmut führt. Also wenn man zum Beispiel die Armut sozusagen als seinen eigenen Sport betreibt und sagt, schau doch auf meine Armut, das soll sie ja genau nicht sein. Du hast uns im Vorgespräch auch ein nettes Zitat vom Augustinus, was die Askese betrifft, mitgegeben. Das lautet, das Gemeinschaftsleben ist Askese genug. Deswegen folgert Augustinus dann, dass es nicht große asketische Übungen mehr im Kloster braucht, sondern in Rücksichtnahme auf die anderen, die im Kloster leben. Esowitschwester Helena das schon ausgedrückt hat, das ist Askese genug. Und es bringt, glaube ich, auch nichts, oder so meine Erfahrung ist, es bringt nichts, wenn ich mir große Askese auferlege und dann aber im Alltag mit den kleinen Herausforderungen nicht gut umgehen kann. Also wenn ich jetzt grosse Verzichte mache beim Essen oder bei dem, was mir Freude macht und ich bin aber dann ganz schnell gereizt und wütend, wenn nur etwas Kleines schief geht oder jemand mir etwas sagt, was mir gerade nicht in den Kram passt und ich raste völlig aus. Das passt dann irgendwie auch nicht zusammen. Also das passt zu dem, was wie du sagst, dass eben die Gemeinschaft oder auch der Alltag bietet genug Herausforderungen, wo ich mich recht verhalten möchte und nicht dem ersten Impuls vielleicht nachgebe, der gerade da ist und das ist für mich die richtige Askese, die Askese, die finde ich sinnvoll ist. Und trotzdem sollen wir genussvoll und leidenschaftlich bleiben, oder? Weil sonst werden wir selbst ungenießbar. Irgendwer für euch zwar hat das sozusagen auch im Vorgespräch gesagt. Ja, und das dritte Gelübde hat ja auch mit Leidenschaft zu tun beziehungsweise wird es vielleicht damit häufig in Verbindung gebracht, nämlich Kreuschheit, also sozusagen dieses Gelübde ehelos zu leben. Was bedeutet denn das für euch? Also Schwester Helena, von dir weiß ich ja, du hast vorher Beziehungen, Paarbeziehungen geführt. Jetzt hast du bewusst dagegen entschieden. Wie lebt sie, wie empfindet sie das? Also für mich ist ganz wichtig im Bezug auf die ehelose Keuschheit, dass wir quasi, wir leben ehelos, aber nicht beziehungslos. Also ich verzichte auf eine intime Zweiebeziehung, aber ich verzichte nicht auf Beziehungen generell, also auf Freundschaften, auf Beziehungen mit meiner Familie, auf ein gemütliches Zusammensein, Austausch mit meinen Mitschwestern. Für mich hat dieses ehelos ganz viel mit Beziehung zu tun. Wittus, du bist ja Lateiner, musst du glaube ich auch sein als Priester, zumindest ein bisschen was von Latein. Ich bin es nicht, aber ich habe gelesen, dass Keusch vom lateinischen Begriff für bewusst kommt. Was hat das miteinander zu tun? Diese Übersetzung mit bewusst weist darauf hin, dass hinter diesem Begriff der Keuschheit das Versprechen steht, Beziehungen bewusst zu gestalten, also die eigenen. Im Hinblick auf die Reflexion, welche Ansprüche erhebe ich denn an Beziehungspartnerinnen und Beziehungspartner? Und das muss nun nicht im Sinne einer Zweierbeziehung sein, sondern auch im Alltag. Also gerade der Begriff der Keuschheit, den kann man auch insofern deuten, dass man sagt, wo instrumentalisiere ich denn andere für meine Bedürfnisse und das vielleicht im ganz alltäglichen Leben. Also auch da ist die Keuschheit ein Hinweis auf bewusste Beziehungsgestaltung. Und das kann man sowohl in Zweierbeziehungen als auch in anderen Beziehungen gestalten wahrscheinlich. Sicher. Gerade wenn wir in der Vorbereitung auf kirchliche Trauungen mit den Paaren zusammenkommen, ist es schon auch immer die Frage, kann ich mich bewusst oder im Bewusstsein meiner Lebensform auch mit anderen Liebesgeschichten mitfreuen und diese Liebesgeschichten begleiten, ohne dass ich selbst irgendwelche Ansprüche diesbezüglich stelle. Hohe Kunst, könnte man sagen. Hohe Kunst, ja. Diese drei Gelübde, die kann man ja voneinander eigentlich kaum trennen. Wir haben es jetzt vielleicht auch in unserem Gespräch schon gemerkt, es geht immer so ein bisschen ineinander über. Gerade wenn wir von Gehorsam gesprochen haben und dann in Richtung Armut umgeschwenkt sind, da gibt es schon Parallelen. Erlebt Sie das auch so, dass man die schwer voneinander trennen kann, diese drei Begriffe, diese drei Gelübde. Ja, das geht mir auch so. Wenn ich darüber rede, merke ich, dass ich ganz schnell von einem zum anderen komme. Es hat für mich ein Überbegriff, der bei jedem Gelübde vorkommt, ist auch das Vertrauen. Das ist das Vertrauen, ich habe es schon gesagt, in Gott, in die Gemeinschaft, in die Menschen. Das Vertrauen, dass ich nicht alleine auf diesem Weg bin, mich alleine auf dieser Welt bin natürlich auch und nicht alleine alles stemmen muss. Und das ist auch schon angeklungen, man kann es insofern nicht trennen, weil sie ja mehr oder weniger in einem Satz versprochen werden. Und wichtig ist sicher auch zu sagen, es dort in der Professfahre zu versprechen, meint eben nicht, es abzuhacken und für erledigt erklären, sondern die Erfüllung der Gelübde, die ist uns jeden Tag aufgegeben, so wie zum Beispiel Eheleuten, die sich einander Treue versprechen, es aufgegeben ist, diese Treue dynamisch in ihren Alltag hinein zu übersetzen, in das, was gerade gefordert ist. Und so ist es auch bei unseren Gelübden, dass wir uns in diese Trias einüben, dieser drei Gelübde und dass wir es nicht irgendwann erledigt haben, weil das stimmt schlichtweg nicht. Danke lieber Vitus, danke liebe Schwester Helena, das war jetzt schon sehr viel zu den Gelübden, zu diesen drei Begriffen, die vielleicht gar nicht so einfach zu verstehen sind, aufs erste Mal hören. Wir müssen schon langsam wieder zum Ende unserer Podcast-Folge kommen und nachdem wir die Schwester Helena schon das eine oder andere Mal gefragt haben, was sie inspiriert, deshalb heute die Frage an dich, lieber Vitus, was inspiriert denn dich in deinem Leben? Ich würde spontan auf ein Bild des alltäglichen Lebens im Kloster zurückgreifen und sagen, das Miteinander, das sich dort vollzieht, sowohl im gemeinsamen Beten, aber auch im gemeinsamen Zusammenleben vom Kloster ausgehend dann mit anderen Menschen, einfach das, was ich dort erlebe, was einem auch immer neu in der Gottesbeziehung aufgeht, zum Beispiel beim Beten, wo man sagt, boah, da trifft ein Wort, das tausend Jahre alt ist oder mehrere tausend Jahre alt ist, eigentlich genau auf die eigene Lebenssituation zu und auf der anderen Seite sind Begegnungen mit den Mitbrüdern, aber auch zum Beispiel jetzt in meiner Tätigkeit als Jugendsellsorger mit Jugendlichen oder Menschen, die so in der Jugendarbeit der Diözese tätig sind, das begeistert mich einfach mit welcher Freude die an etwas herangehen. Und war es auch eine große Freude, dass ihr beide heute hier bei uns im Podcaststudio wart. Herzlichen Dank dafür und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir Danke, danke fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at Und wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung. Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf www.die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.